Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem bereits 4. Januar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1294, heute mit den folgenden Themen. TikTok, WhatsApp, RD, Telegram, Oppo, Homepass, Akara, Twitter, Stress und Epik. Epik, 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 genau. Episch wird die Folge nicht, aber wir haben TikTok und ein Verbot. Jetzt ist es soweit. In den USA verboten nicht für alle global und drumherum, wie im letzten Jahr oder vorletzten Jahr mit dem Duck Donald Trump schon angekündigt. Nee, für die Abgeordneten im US-Senat. Die dürfen nicht mehr die TikTok-App auf ihren Smartphones haben, und welche sie von der Regierung gestellt bekommen. Macht ja auch Sinn. Da sollte ja generell vieles eingeschränkt sein. Oder besser gesagt, ist sehr vieles eingeschränkt. Mich wundert, dass da noch oder nach wie vor TikTok überhaupt erlaubt war. Das ist jetzt nicht mehr so. Mal schauen, wie lange es geht, bis dann noch mehr in die Richtung kommt von Seiten dieser Regierung in Amerika. Weitersehen oder geht es mit WhatsApp-News. Da gab es oder gibt es in den letzten Tagen und auch gab es oder ja, ihr wisst es mal, es gab in den letzten Tagen sehr viele Meldungen von wegen Geräten, die nicht mehr unterstützt werden. Da hat der Spiegel eine Liste recherchiert, die sich aber als falsch herausgestellt hat. Richtig hat sich herausgestellt, dass das iPhone 5 und das iPhone 5c nicht mehr mit dabei sind. Liegt daran, dass die kein iOS 12 Update bekommen haben und somit da aus der Liste rausgeflogen sind. Alle anderen Smartphones, die da noch mit auf der Liste waren, da waren diverse Huaweis, da waren Lenovo, da waren LG Smartphones, ganz viele, einige Samsung, Sony, Vico und so weiter Smartphones. Das hat sich nicht bewahrheitet. Vor allem nicht, wenn man die App schon drauf hat, dann kann man sie noch nutzen. Einfach nicht mehr nachinstallieren. Also nicht mehr Gerät zurücksetzen. Hoffen wir mal ganz stark, dass ihr keine Probleme bekommt und dann das tun müsst. Ansonsten bleibt euch dann nichts wirklich anderes, ja, als darauf zu verzichten oder ein neues Telefon zu kaufen. Ich würde darauf verzichten. Die ARD will weniger Verwaltung. Deshalb haben sich Rundfunkhäuser rund um die ARD zusammengeschlossen und migrieren allesamt von dem aktuellen System, was alle, glaube ich, elf verschiedene da haben, auf ein grosses SAP-Projekt. Dazu haben wir übrigens in GeekDoc Mutterformat eine Interviewfolge, wo es darum geht, was dieses SAP überhaupt alles so kann. Das nur als kleiner Hinweis, werde ich natürlich noch verlinken in den Shownotes. Aber worum geht es eben? Man möchte Geld sparen, indem man die Unternehmen besser managen kann, damit man Spesen besser auszahlen kann, Löhne etc. Und man will über diese Zusammenfügung des Abrechnungssystems über 100 Millionen Euro sparen. Und das ist natürlich heftig, wie ich finde, weil da sieht man, was da alles sonst reingebuttert wird. Ja, man kann einiges tun, wenn man möchte. Mal schauen, wie weit sie kommen. Weiter geht es mit Telegram, und zwar nicht mit einem M, sondern mit zwei M geschrieben. Also es geht nicht um die App, die Achim immer so schön als das Dark Web des kleinen Mannes beschreibt. Nee, das Telegram, das Teil, was man früher per Morse Zeugs übertragen hat, das hat jetzt endgültig ausgelebt. Es hat den Fax überlebt, oder nicht überlebt, genau so rum meine ich, und wurde per 31.12.2022 jetzt auch in Deutschland eingestellt. Wer da ein bisschen mehr lesen möchte, wie das noch funktioniert hat, oder eben nicht, auf daily.kiktok.ch hast du oder im Podcatcher deines Vertrauens einen Link zum Nachlesen. Dann gibt es Neuigkeiten, und jetzt Achtung, Gerüchte, Gerüchte. Nun soll also doch auch Oppo an einem eigenen Smartphone-SoC, also einem eigenen Prozessor, arbeiten. Nicht nur Apple und Samsung, die einen eigenen haben, nicht wie Google, der basiert ja zu Teilen auf dem von Samsung, aber eigenen Prozessor haben, und da soll jetzt Oppo auch dazugehören. Anscheinend erst ab 2024, das heisst im nächsten Jahr, wahrscheinlich mit der Find X-Serie, aber macht durchaus Sinn, weil Oppo ja schon mit dem Mary Silicon X ein Bildverarbeitungschip für bessere Videos und bessere Fotos, sowie mit ganz neu dem Mary Silicon Y einen Bluetooth-respektiven Audio-Codec, bis sogar Chip auf dem Smartphone haben wird, der in Zukunft besseren Ton übertragen wird. Da macht es natürlich Sinn, wenn man alles in eins reinbringen tut oder tun würde. Die HomePass-App ist für HomeKit, und da kannst du HomeKit-Codes hinterlegen. Wer nicht weiss, was das ist, nicht im Apple-Universum zu Hause ist, wer ein Smartphone-Gadget von Apple hat, jedes Gerät hat einen eigenen Code, einen Unique-Code, und den solltest du dir gut aufbewahren, speichern und wie auch immer, geht natürlich mit Foto oder in einem Offline-Ordner, weil meistens auf Papier, wenn das einem nicht liegt oder man eine schöne App dafür möchte, dann kann man ein bisschen Geld in die Hand nehmen und das dann eben in die HomePass-App mit eintragen. Ich nutze die, mir gefällt die Umsetzung und das Ganze. Ich finde es toll und praktisch, weil es wird über iCloud synchronisiert und dann habe ich es auf all meinen Geräten. Das wird jetzt ausgeweitet auf Codes für Matter. Auch die Produkte haben eigene Codes, und auch die sollte man gut aufbewahren. Also, es könnte sich jetzt mehr lohnen, auf die App zu setzen. Akara hat ja sein Rollout mit Matter auf Januar verschoben. Wir haben jetzt Januar. Kommt das Ding, so wie es ausschaut, nächstens, auf jeden Fall durften in China die Nutzenden schon fleissig Alpha oder besser gesagt Beta testen. Jetzt sollen wir bald mit dabei sein. Ich bin sehr gespannt, weil das bringt ca. 40 Produkte von Akara in das Matter-Universum und wie der fleissige Mithörer hier im Podcast weiss, ich besitze das eine oder andere Akara-Produkt, das hier im Büro und auch zu Hause verteilt ist. Obwohl, zu Hause muss ich endlich mal die Batterien wechseln bei den, wie heissen die, Temperatur-Fühldingen. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Temperatursensoren, jetzt ging es. Die Twitter-Navigation wurde uns in einer neuen Version auf Januar versprochen. Kommt sie jetzt? Auch das bleibt abzuwarten. Zumindest hat Elon Musk das so angekündigt, am 30. Dezember, dass sie kommen wird, wie versprochen. Was bietet die euch? Ja, ihr könnt dann zwischen den Tweets, also eurer persönlichen Timeline und der, ja, was haben wir da noch, Trends und Themen und so weiter, nach links und rechts hin und her wischen. Macht das Bedienen ein bisschen einfacher. Ich bin schon gespannt auf die Umsetzung, wie stark ich es letztendlich nutzen werde. Jetzt gibt es Analysen, nicht Analysen, sondern Studien. Beides sind Dinge, die man braucht und oder auch nicht. Die Universität of Waterloo in Kanada, die hat herausgefunden, dass die Apple Watch sich extrem gut eignet, für das Stressniveau herauszufinden, respektive es zu eruieren und dann auch etwas Schlaues daraus zu machen, eben Gesundheit, Abläufe und so weiter vorauszusagen, respektive zu sehen und dem Nutzenden schlussendlich auch ein Feedback zu geben, du solltest dich mehr bewegen und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, wie sich das Teil noch weiterentwickeln wird. Das in Kombination mit der Schlafanalyse und allem drum und dran verspricht ja zu sehr viel, denn ich glaube ganz stark daran, dass uns Maschinen helfen werden, gesünder zu leben, denn die sehen, zumindest in der, ja, Schwarmintelligenz, sehr viel mehr heraus aus den ganzen Daten, als es punktuell einen Doktor sieht, wenn du dann mal wirklich dann zum Doktor gehst und ein Problem hast. Auf der Apple Watch mit den gesammelten Daten kannst du das Ganze deutlich besser und zielgenauer mitverfolgen, was natürlich nicht heisst, dass man nicht zum Doktor gehen soll, aber solche Messungen sind sicherlich nicht schlecht, um eben gewisse, ja, Entwicklungen zu sehen und wissen, wo man gerade steht. Zu guter Letzt gibt es noch auf Anfang des Jahres ein lustiger CEO, nämlich der von Epic, der hat gesagt, im 2023, das ist das Jahr, wo Epic auf das iPhone zurückkehren wird. Der Grund, weshalb er es sagt, sind die Gerüchte rund um, dass Apple daran arbeiten soll, Side-Loading zu testen und es vielleicht eventuell mit iOS, was kommt nächstes, 17 dann im Herbst, bringen wird. Wir werden sehen, ob es wirklich so weit kommen wird, ob der Digital Market Act Apple dazu bewegen kann, ob es nur in Europa so sein wird oder vielleicht auch Indien und weiteren Ländern. Wir dürfen gespannt sein. Ihr wisst ja, wie ich zu Side-Loading und solchen lustigen Geschichten stehe. Es werden spannende oder auch nicht so Zeiten, die auf uns zukommen werden in nächster Zeit. Wir werden es sehen. In diesem Sinne, das war die Neuigkeit zum heutigen Tage. Ich gehe zuerst mal schlafen. Es ist noch viel zu früh am Morgen. Euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.